Hallo Fußballfreund und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Transferzeugtes und heute geht es weiter mit Arminia Bielefeld. Der Aufsteiger aus Ost-Westfalen ist eigentlich ganz gut reinkommen in diese letzten Spiele, war da aber dann etwas schwächer. Punktemäßig war nicht mehr viel los, vor allem auch die Pleite gegen Union Berlin. Tatsächlich weh dieses 5 zu 0. Es hat einfach gezeigt, dass Bielefeld vielleicht einfach noch nicht so weit ist und noch ein bisschen was braucht. Fakt ist, wir reden darüber, was gemacht wurde im Sommer, welche Transfers wurden getätigt, welche Spieler wurden geholt, welche Spieler von euch konnten auch schon überzeugen, aber vielleicht eben auch nicht. Wo liegen noch Lücken im Kader? All das überprüfen wir heute im Transferzeugnis mit Arminia Bielefeld. Beginnen tun wir es mit der Bewertung der einzelnen Transfers. Beginnen tun wir dort mit Arne Meier. Sicherlich der prominenteste Neuzugang in diesem Sommer, denn Meier kam von Hertha BSC, Bundesliga erfahren, trotz natürlich noch ein junges Talent, deutscher U-Nationalspieler. Er ist für die 6 gekommen, wo Bielefeld lange einen Spieler gesucht hat und er sollte diese Position einfach füllen. Und eben die wirklich gute Variante sein für die 6er Position. Fakt ist, der Transfer wurde sehr, sehr spät über die Bühne gebracht. Das war so ein bisschen das Problem mit Arminia. Aktuell ist er noch nicht angekommen. Ich denke mal, das kann man schon so sagen. Das hingibt von mir hier auch erst einmal die Note 4. Liegt einfach daran, Bielefeld brauchte unbedingt noch einen weiteren centralen Mittelfeldspieler. Da haben sie lange, lange gesucht, aber eben lange keinen gefunden. Das war so ein bisschen das Problem. Arne Meier sehr spät dazu gestoßen kann. Sicherlich Bielefeld helfen. Davon bin ich zu 100% überzeugt. Also wenn er jetzt ein paar Spiele macht, sich verspielt, wird das ein Top-Transfer. Aber Stand jetzt, Stand jetzt, nach eben sieben Spielteilen muss man sagen, bislang hat Meier in Bielefeld noch nicht funktioniert. Das wird sicherlich noch kommen. Man hat sich aber sicherlich schon ein bisschen davon mehr erhofft. Weil er für diese Position des Sechsters, des Achters, bei Bielefeld, eben meistens im 4-3-System so unglaublich wichtig ist. Hätte ich mir heute noch gewünscht, dass man diese Lösung früher gefunden hätte mit Arne Meier. Es hat lange gedauert. Jetzt ist er da. Jetzt braucht er noch ein bisschen. Aber wie gesagt, wenn er da ist, vielleicht in 3-4 Spielen, dann kann er sicherlich ein zentraler Faktor für Bielefeld sein. Bis dahin bleibt aber erst einmal die Note 4. Kommen wir nun zu Rizzo Dohan. Auch er ist eine Leihgabe. Er ist mit der Paysway Eindhoven geschehen. Dohan, ein junger Spieler für die Rechtsaußen, hat eigentlich geholt. Spielt mittlerweile aber eher als Zehner, respektive Achter im 4-3-System und kann da auch durchaus überzeugen. Also ich persönlich bin durchaus überrascht von Rizzo Dohan. Bringt nochmal eine Komponente ins Spiel der Bielefelder, die enorm wichtig ist. Und das heißt einfach mal Tempo. Dohan, unglaubliches Tempo, ist ein relativ kleiner Spieler, dadurch aber auch sehr beweglich. Er bringt verschiedene Komponenten mit, die extrem spannend sind für Bielefeld. Und deswegen finde ich, ist er eine Verstärkung und dort kann man auch wirklich die 2 geben. Natürlich muss man sagen, die Form der Mannschaft ist aktuell nicht gut. Dadurch ist auch die Form von Dohan in den letzten 3-4 Spielen nicht gut gewesen. Das ist natürlich aber auch relativ logisch. Da müsste man jetzt jedem Spiel eine 4 oder eine 5 geben. Aber Fakt ist, Dohan ist ein belebendes Element, welches einfach sehr, sehr gut reinpasst bei Bielefeld. Und er gefällt mir wirklich gut. Er bringt Tempo mit, er bringt Kreativität mit in einem System von Bielefeld, was sehr auch angelegt ist auf die Außenbahn, auf die Stürmer. Und deswegen umso wichtiger, dahinter so einen Mann zu haben mit Rizzo Dohan, der das eben auch nochmal extrem gut kann, die Stürmer auch einzusetzen. Deswegen glaube ich, dass Dohan ein extrem wichtiger Faktor sein kann im Kampf gegen den Abstieg. Kommen wir zu Mike van der Hoorn. Ein Innenverteidiger, durchaus auch erfahren, ist von Swansea City gekommen, der 28-jährige Niederländer. 1,90 groß, rechtsfuß. Ja, wie gesagt, ablösefrei gewesen aus England. Ein Transfer, wo man sich sicherlich einiges erhofft hat und wo man jetzt auch nicht viel falsch gemacht hat. Er ist ein erfahrener Innenverteidiger, der eine Körpergröße mit mir, die sicherlich wichtig ist für Amina Bielefeld. Darf man eben auch durchaus auch ein erfahrener Mann gesucht. Neben Amos Pieper für die Innenverteidiger. Und bislang ist Mike van der Hoorn auch Stammspieler. Ich finde, er hat gute Leistungen gezeigt. Nicht mehr, nicht weniger. Er hat auch ein paar Spiele gehabt, wo er auch nicht wirklich gut aussieht. Aber trotzdem ist er eine gute Verstärkung, eine gute Lösung. Ablösefrei gewesen. Da hat man nicht viel verkehrt gemacht. Und jetzt geht es von mir hier die Note 3. Einfach deswegen, weil er jetzt auch Spiele drin hatte, wo er nicht wirklich gut war. Man merkt ihm schon auch mal an, dass er noch ein bisschen braucht vom Bundesliga-Niveau her. Er ist etwas anderes als die zweite englische Liga mit der Championship. Das merkt man ihm an. Trotzdem ist er eben eine Verstärkung gesetzt. Neben Pieper hat damit auch ein Nilsson zum Beispiel verdrängt in der Innenverteidigung. Deswegen finde ich einen guten Transfer, der aber natürlich noch Luft nach oben hat. Und nun kommen wir zu Sergio Cordova. Neben Annemeyer, der neue Spieler mit Bundesliga-Erfahrung. Wurde von Augsburg ausfliegen, also auch dort wieder eine Laie, die man arrangiert hat. Man braucht einfach noch eine weitere Offensivverstärkung. Andi Vogelsammer fällt weiterhin Verletzungsbringend aus. Das war, oder das ist immer noch ein herber Rückschlag für Bielefeld. Vorne drin hat man natürlich mit Fabian Klos im Kapitän einen wichtigen Mann, der aber jetzt eben auch in Richtung Bundesliga natürlich nicht so die zwingende Qualität hat. Ich denke mal, um das zu sagen, muss man jetzt kein Experte sein, das wird ihm jetzt auch nicht zu nahe getreten sein. Sergio Cordova ist ein Spieler, der bei Augsburg durchaus auch schon gezeigt hat, dass er Bundesliga spielen kann. Nicht mehr, nicht weniger. Er ist noch sehr, sehr jung, er ist 23 Jahre alt, konnte sich bei Augsburg bislang noch nicht durchsetzen. Aber wie gesagt, er hat eben Phasen gehabt, wo er sich zeigen kann. Und das hat er eben bislang auch bei Bielefeld getan. An den ersten Spieltagen war er auch gesetzt, hat er vorne auch mit Klos, mit Hartl, mit Suku zusammengespielt. Das hat doch durchaus gut funktioniert. Aber so seit dem fünften Spieltag ist er nur noch auf der Bank gewesen. Finde ich ein bisschen schade, denn ich glaube, Sergio Cordova kann Bielefeld helfen, stand jetzt noch nicht so ganz. Und deswegen gibt es auch von mir dort die Note 4. Auch das ist einfach daran, man brauchte offensiv noch dringend eine Verstärkung, hat die gefunden mit Sergio Cordova. Aber bislang ist er noch nicht die erhoffte Verstärkung, weil er eben auch seit 3-4 Spielen nicht mehr so die große Rolle spielt im Vergleich zu den ersten 3-4 Auftritten. Ich bin gespannt, was von Cordova noch kommt. Er kann auf jeden Fall wichtiger Spieler für Bielefeld noch werden. Und dann haben wir noch vier weitere Noten mit Gebauer, mit Lausen, mit Demidina und mit Niemand, die sich bislang noch nicht wirklich durchsetzen konnten. Deswegen haben wir die Noten einfach mal komplett in der Übersicht. Zum einen Christian Gebauer ist aus Österreich, kommt von Alltag ein extrem schneller Spieler. Sollte auch so ein bisschen in die Rolle von Klaus reinwachsen. Man wusste natürlich direkt, der Sprung von Österreich in die erste deutsche Bundesliga ist relativ groß. Und das sieht man auch einfach bei Christian Gebauer. Bislang zwei Spiele gemacht, zweimal per Joker. Er bringt natürlich Komponenten mit, wie Kreativität, wie Tempo, die Bielefeld enorm gut tun. Aber bislang kann man es noch nicht so richtig einschätzen, welche Richtung Gebauer geht. Aktuell wirklich nur Joker, nicht mehr. Vielleicht kommt auch noch ein bisschen was. Stand jetzt ist das für mich kein perfekter Transfer gewesen. Für die Breite in Ordnung, mehr aber auch nicht. Und deswegen gibt es von mir dort die Note 4. Bei Lausen sehen wir auch schon die Note 4. Liegt einfach daran, Bielefeld hat Hartherz verloren, hat Hartherz abgegeben. Das kann man ja sehen, wenn man möchte. Letztes Jahr war Florian Hartherz Stamm-Links-Derteidiger. Lukoqui, dahinter gewesen, hat das immer wieder gut gemacht in der letzten Zweitligasaison. Man hat sich ja natürlich erhofft, dass man nach dem Hartherz-Abgang auch einen weiteren Stamm-Links-Derteidiger bekommt. Und Lausen hat die Chance bekommen, konnte sie nicht so wirklich nutzen. Und Lukoqui, der im letzten Jahr noch meistens der Backup war, ist mittlerweile gesetzt. Das ist interessant, ist aber auch vollkommen zu Recht, so weil Lukoqui sicherlich nochmal besser ins System passt. Lausen kann einfach aktuell noch nicht überzeugen. Ist ja von Odense BK gekommen für eben auch nichts. Also auch Ablösung frei, das sicherlich immer wieder gut zu beachten bei Bielefeld-Transfers. Da einfach nichts ausgegeben wurde, was Ablösung angeht. Aber trotzdem, Lausen konnte bislang noch nicht endgültig überzeugen und dadurch dort die Note 4. Bei de Medina mit der Note 3 ist es etwas anders. Er wurde durchaus auch als Backup für Brunner geholt. Trotzdem hat man schon gemerkt, de Medina ist nicht weit weg von Cedric Brunner als rechter Verteidiger. Er hat jetzt auch schon 3-4 Spiele gemacht, die auch nicht perfekt waren, aber die schon in die richtige Richtung gegangen sind. Deswegen gibt es formiert dort die Note 3 als Backup wirklich in Ordnung. Ob es mehr werden kann, ob es der Stammplatz wird im Vergleich zu Cedric Brunner wird man noch sehen. Und dann noch Niemann. Noel Niemann, junger Spieler von 1860 gekommen. Sicherlich auch der erstmal nur für die Breite. Hat bislang noch kein Spiel gemacht für die Profis von Bielefeld. Finde ich, ist nicht zu bewerten, weil man eben darauf sagen muss, es ist ein junger Spieler, der langsam herangeführt werden wird, langsam herangeführt werden muss. Und deswegen kann man da nicht mehr zu sagen und deswegen dort erstmal keine Note. Und nun kommen wir zur Abschlussnote. Zur Gesamtnote des Zeugnis von Amina Bielefeld. Und die landet, wenn wir alle Transfernoten zusammenrechnen und dann den Durchschnitt nehmen, bei 3,4. Also nicht wirklich ganz so gut. Man muss sagen, der Kader ist quantitativ gut besetzt. Also jede Position, wenn wir uns anschauen, die Außenverteidiger, der Sturm, das Mittelfeld ist doppelt besetzt. Und das ist wichtig und das war sicherlich auch das Ziel der Bielefeld, dass man einfach einen breiten Kader hat. Fakt ist aber auch, nahezu alle Norte brauchen einfach noch ein bisschen. Wenn man sich Gebauer anguckt, der braucht noch ein bisschen. Noel Niemann, gut, der auf jeden Fall. Demi Dinar, wie auch Lausen, müssen wir natürlich noch ein bisschen an die Bundesliga gewöhnen. Und dann Sergio Cordova, wie auch Arne Maia, ja, sind einfach aus Vereinen gekommen, wo sie keine große Rolle gespielt haben. So einfach gesagt. Deswegen, die Neuen brauchen noch ein bisschen. Das ist halt einfach schade, weil sie einfach jetzt schon liefern müssen, um Bielefeld helfen zu können. Deswegen braucht es für mich im Winter weitere Transfers. Möchte man nicht absteigen, braucht man auch noch mal weitere Bundesliga erfahrene Spieler. Vielleicht jemanden für den Sturm, je nachdem, wie es mit Vogelsommer weitergeht. Vielleicht noch mal ein Innenverteidiger. Ich bin gespannt, in welche Richtung es dort geht. Bielefeld hat das Potenzial, die Klasse zu halten. Dafür muss aber wirklich viel funktionieren. Und das aktuell, wie man in den letzten Spielen gesehen hat, eher weniger der Fall. Ich bin gespannt. Eure Meinung zu Bielefeld. Gerne die Kommentare, auch den Verein liken. Mit dem es weitergehen wird. Denn das sind VfL Wolfsburg, Hoffenheim oder Mainz 05. Gerne den Verein liken, den ihr haben möchtet für die nächste Folge. Ihr wisst, auch aufgrund des Bundesliga-Checks, was ja hier so ein kleines Update mit Transfers. Das jetzt ist. Jedes Team kommt dran. Jeder Bundesligist wird untersucht, wird gescheckt. Hier im Transfers. Und das lasst gerne. Abo und ein Like. Da würde mich darüber freuen. Und dann sehen wir uns heute Abend wieder zum Live-Talk Kiel gegen Hamburg in der 2. Liga. Macht's gut. Ciao. Und bleibt am Ball. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017